die leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren aufnahme minecraft ist sie was richtig behindert ist wir nein also ihr wisst ihr wo der eingang vom rift ist ja reingang und grad zehn blocks nebendran ist schon die erste tür zum rausgehen ja ja wir begeben uns jetzt mal hier auf den rückweg so allmählich ich wollte mal was runtergefallen ist der scheiße gewesen und zwar wollen wir in dieser folge noch einmal da hinten irgendwo hin wir hatten ja da hinten noch ein paar mehr abzweigungen die wollen wir jetzt noch mal abchecken wir haben hier unendlich viele abzweigen von mutig oder ja also wir waren gerade eben in der sackgasse zum beispiel ja aber wir waren ganz am anfang haben wir abzweigungen geht es wo ich hier bin gibt es wieder eine abzweigung da gibt es ja und jetzt hier ist glaube ich auch eine wo ich gehabt bin aber man ist immer aus in dem labyrinth waren ab dass das essen ja zwei ein brot noch er gibt mir das bitte ich brauche das danke 100 so jetzt wieder hier rüber ich habe auch kein essen mehr geht es hier haben wir gut deaktiviert scheinbar was ist nicht die hektik man ich habe schon wieder eine halbe hunger köln verloren ja eben hier auch wenn ihr die ganze treten da ja auch beim teleportieren verlierst du es klar war trotzdem so ich bin jetzt mal gerade aus hier geht es nach unten jetzt sind wir wieder hier das hier sind wir sind kreis gelaufen okay wir kamen hier von hier kamen wir das heißt ich gucke mal ob hier hinten noch eine tür ist ist links eigentlich an ihr mag es jetzt noch eine die runter geht wo ist die tür ja auch die hier leute um wieder ein labyrinth nein nein nur eine kreuzung wir gehen rechts markiert das jetzt aber da ist die Tür auch essen nein ich sehe nichts alter drüber ist der markiert unsere tür ne doch nicht ist jetzt noch ganz oder ja weil schau mal komm mal hierher hier fliegt nämlich noch so ein rift rum ich weiß schon kommt schon irgendjemand herum ein rift ein rift das braucht man um zum Beispiel teleportieren türen zu bauen ja ich brauche essen nachher ist es nur wo was ist das hier für eine schaltung und den weg durch so jetzt sind wir auf der anderen seite hier müssen jetzt mal wieder rein redstone lampen das war gerade irgendwann redstone lampen und unten ist close down auch ihr seid gemeint oder nämlich nicht mitnehmen wollte ja und wieder eine abzweigung links geht es raus aus der ding und rechts geht es wieder tiefer let's go wo habt ihr denn die ganzen blühen ach komm schon wieder die sind in allen kisten ja wenn wir gerade ein bisschen flaschen oh man es geht so tief hier runter ich würde sagen so langsam müssen wir uns auch schon fast auf den rückweg machen ich hab meine seite auf dem rückweg ne wir gehen gerade wieder tiefer rein das problem ist ich verhunger bald ja ich auch deswegen habe ich mir jetzt gerade boah nicht springen nicht springen x rein ich wäre fast in das loch hier gehüpft boah ja 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 no eisen 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 wir haben neun ne acht eisen blöcke eisen 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 ja wieder volles aber rendiert sich das dafür zu sterben ja uran uran lohnt sich immer zu sterben so und hier ist wieder ein ausgang let's go und ich falle und ich falle und ich bin im wasser gelandet oh ja ja wir sind ganz draußen äh wir sind 1138 blöcke von zu hause entfernt das portal hier ist scheiße ja ein bisschen so markus wir suchen jetzt mal den weg zurück wie tief sind wir jetzt eigentlich in den dimensionen 70 warte ne das kann ich nachgucken wir sind dimension 35 35 das heißt wir müssen jetzt 35 mal durch die türen zurück um hier raus zu kommen woher weißt du welche dimension ihr seid wenn du auf wegpunkte gehst siehst das ach so ach so scheiße dahin ja ich arbeite mal in der Zeit wenn ihr hier Spaß habt muss ich halt arbeiten ich fange an zu verhungern ja wer ist nicht gerannt ich kann keinen Block setzen so jetzt aua dies damage auch nicht ich habe einen Block über meinem Kopf so jetzt so 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 hier rum I'm gonna die oh man diese teleportationen hier jetzt hänge ich schon wieder fest so jetzt so die ruhe hier müssen wir mitnehmen also das sind die abzeugungen ja 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 ich ich steck ein Makler die alles mitnehmen und den Rest mit und zwar vor ich verhungert bin halt ohne da ich habe noch mal herr und hier entgegen drei herzen ja du nicht weil ich sage zweimal zwei guter da will ich doch nein nein hier kann nichts dies worden da da nichts vor einherz habe ich nicht gut lange ok wir sind raus aus der Kacke 207 nicht schon durchs Turm ne irgendwie nicht weil ich wie so 10 oder 5 oder so so da ist noch Essen drin hier Essen Essen ist gut ich muss mich nämlich regenerieren Telefonfluch Telefonfluch was essen hier ist nicht da doch da drin Stecks äh wo da da ist so ich heil mich wieder voll hier so Leute ich würde sagen das war es dann auch mit der in der Truhe hier mach deine Augen auf das war es dann auch mit der wieder 10 Minuten ja das war schon wieder 10 Minuten ok wieder schnell noch ja ja es geht schnell ja es geht nicht mehr ich würde sagen wir packen jetzt noch schnell hier das Zeug in die Truhe und dann machen wir Schluss für heute an der Stelle Leute würde ich sagen ich stelle noch schnell eine Truhe hin du da ist eine Ruhe ja aber ich würde gerne alles so ein bisschen dahin werfen kann es aber nicht ja da kann ich die Tür nicht öffnen ja da werfe ich es jetzt einfach irgendeine Truhe rein das müssen wir jetzt mal diskutieren ok und damit Leute würde ich sagen ja wir wollen das ganze Zeit nicht transportieren wir müssen je nach wichtig und nicht wichtig zu tun weil wir nicht alles mitnehmen können damit war es mit der heutigen Folge in der nächste Folge brechen wir auf in unser neues zu Hause servus und ciao 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 ciao